Musik Och neee, ernsthaft? Hui, die sind ja gut. Und herr, ihr dreckigen Bieste. Ich mach euch kalt. Das ist noch so viel. Herr Rahman, sind sie da? Herr Rahman? Da steht noch so ne Bestie. Na los, komm. Verrecke durch mein Schwert, du Mistvieh. So, wo machen wir das ran? Wir machen das hier rein. So. So. Mist. So. Und ich glaube, das kommt dann dort ran. Genau. Es dreht sich. Cool. Das muss ich mir jetzt mal angucken gehen. Boah, das sieht ja geil aus. Hehehe. 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 Das ist klar. Baum, ich möchte auf dich drauf. Ja, das war nichts. Gucken, ob es hier irgendwas interessantes gibt, wenn ich hier hochkommen würde. Oh, da hinten gibt es Kürbisse. Das, keine Ahnung was das ist. Warum ist das dort so abgeschnitten? Sieht mir aus, als ob da einer was gemacht hätte. Seltsam. Hallo? Äh, hallo? Was möchtest du von mir? Äh, ja, ja, ich werde tun, was ich machen kann. Der sieht ja seltsam aus. Hilfe! Boah, bloß schnell weg von dem. Der ist mir ein bisschen unheimlich. Und der ist so nah an unserer Stadt dran. Das geht ja mal gar nicht. Aber das sieht immer noch cool aus. Huiii, Hilfe! Es wird schon wieder... Nacht. Ich frag lieber nicht, was das ist. Oh, graue Farbe. Ja, hallo. Was ist das denn? Nur ich sterb den ich gemacht habe. Im Pool ist schon gewohnt. Okay. Hier. Ja. Haben Sie die anderen zufälligerweise gesehen? Hm. Ich glaube, wir sind alle am Schlafen. Okay. Aber seltsam. Na gut, ich werde mich mal noch ein bisschen in der Umgebung umschauen. Okay. Ja, viel Spaß mit Ihrem neuen Stab. Der Herr Olaf wollte das letzte Mal so eine Blume haben. Die wachsen hier überall. Überall. Äh. 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 Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Uaaah. Boah. Äh. Eh. Schnell weg hier. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Bah. Warum ist dort Licht? Warum ist dort licht? Oh,... warum ist hier licht was zum henker und dort genauso hier war auch ein herr ich sag einfach der herr olaf hat das überall in die luft gejagt was wer ist das schätze schon wieder hallo passen sie auf hier sind monster ich werde gucken was ich tun kann hallo ich gehe ins licht oh da ist dein kopf den möchte ich haben hey was ist denn hier los wieso tauchen auf immer so viele menschen auf warum warum ist hier licht und warum hallo hallo kann man sich hier verstecken hallo hallo noch einer hallo 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 das sage ich ja das waren bestimmt mal so eine menschen die hier gelebt haben Ich geh ins Licht. Die sehen mir nämlich sehr verwandelt aus. Da hinten genauso überall ist Licht. Warum? Was ist hier? Und warum fehlt hier das Gras? Hallo? Okay. Ich glaub heute hier war ich schon mal. Oh, das muss ich erst mal verarbeiten. So viele neue Gesichter hier. Oh Gott, ich muss erst mal ins Bett. Auch wenn die Sonne gerade aufgeht. Auf geht's. Uh, nee.